Spätestens seit dem Ukraine-Krieg wird sich die Darstellung gegenüber der Atomkraft in vielen Ländern verändert. Nur die Katastrophe von Fukushima 2011 hat Deutschland die Idee, die Atomenergie abzugehen. Löwe ist den sich aber nicht mehr so retizent gegenüber neuen Klänge-Reaktoren, die auch in Frankreich setzt. Lützeburg soll immer dafür, dass die zentrale Rundrömeis-Grenze zu machen sollen, und kein Heuer im Land gebaut gehen. Auch die neue Regierung will vier und erneuerbare Energien ausbauen. Auch wenn der Premier mehr den Aussagen gemacht hat, hat es mit der Technologie offen sein. Heute ist eine Aktualitätsstunde an der Schamber über das heute aktuelle Thema. Früher sind Leute gespannt für die Tele-Vision, was heute mit Luxemburg 12 Points angeht. Lange war der Grunddurchschnitt nämlich bei der Eurovision, wie freier Gesutgift dabei. Noch ein anderes Jahr müsste es die Länder auch beim ESC-Eurovision Song Contest für den Haupttest. 5 Mal hat Lützeburg schon gewonnen, viel Victoire für ein kleines Land. Als Kandidatin Tali tritt den Ofen an der 1. Hallefinal an Schweden ab. Und wir halten dann auch mal abmalen bei Loic Juche. Loic kann man feststellen. 3! 2! 9! 10! 10! 11!